Herzlich willkommen auf meinem Kanal, mein Name ist es Reiter und wir sind in Folge 183 von Aborion. Ja, der Thomas Steele hat in einer der vorherigen Folgen mir den Tipp gegeben, dass ich jetzt hier diese Koordinaten da an diesen Zahlen sehe. Und wenn ich da jetzt auch drauf gucke, sehe ich, ich habe zweimal die Nummer 71, also ich habe zwei Sender mit der Nummer 71. Einmal ist es X, 333 und einmal ist es Y, minus 66. Das heißt, ich habe eine Koordinate, wo was los ist. Da haben wir das jetzt endlich, dieses Rätsel gelöst. Ich habe es erst nicht verstanden, aber jetzt ist es klar und bei 65 hätten wir das auch. Da ist es 148 und minus 115. Ja, ich weiß jetzt gar nicht, was da war, aber müssen wir mal gucken. Vielleicht habe ich auch X und Y vertauscht. Wie war das noch mit den Koordinaten? War X waagerecht und Y senkrecht? Wenn, dann habe ich es falsch verstanden. Muss ich mal gucken. Okay, nach dem Intro schauen wir uns das Ganze aber dann an. Bis gleich. So, wenn mich da nicht alles täuscht, sind wir dann ja hier irgendwo bei, warte, wie war das jetzt? Mit der 65, 148 minus 150. 148 minus. Was ist jetzt da? Minus 115. Und es ist da. So, Koordinaten sind eingegeben. Und wir müssen da hin. Schiff drehen. Und dann da hinfliegen. Ich hoffe, ich gehe da nicht gerade baden an dem Schiff. Äh, an der Station. So, erster Sprung ist getan. Und dann müssen wir noch einen zweiten haben, ne? So, nochmal nach da. Ich bin gespannt, was dann kommt. Jetzt sind wir in einem entscheidenden Sektor. Wenn er denn richtig angegeben ist und ich es nicht falsch rum eingegeben habe. Mission aktualisiert, die Hati. Tab, Mission anpinnen. Finde mehr über die Hati heraus. Folge den Sendern. Aha, das heißt, ich muss jetzt da hin. Mission aktualisiert. Tab, Mission anpinnen. Ah, das ist jetzt die andere. Folge den Sendern war die Hati. Jetzt weiß ich nicht, was das Folgen gemeint ist. Oh, der ist es schon. Kann ich jetzt. Operation. Mission aktualisieren. Operator in Exodus. Codefragment A gleich C5. Äh, Kapitel oder Kante Level 2 erreicht. Auftrag abgeschlossen. Kommandant hat sich jetzt der Ertrag. Okay. Und ich gebe jetzt den Code ein. A, B. Vielleicht habe ich noch nicht den Code. A gleich C5. C5. Bestätigen. Zugriff für Weigertssystem vorhin gesperrt. Ich hätte wahrscheinlich den Code Fragment B jetzt noch haben müssen. Nachdem du Senderentschlüssel hast, führt dich ein weiterer Sender zu einem neuen Sektor. 179, 167. 179, minus 167. 179, 167. Er muss also hier unten sein. Da. Koordinaten in Navigationscomputer eingeben. Gucken wir mal, ob wir das dann so erreichen. Bin ich gespannt. Wir müssen dann wahrscheinlich jetzt mal gerade ein paar mehrere Sprünge machen. Aber das sollten wir hinkriegen, ne? Springen können wir ja. Und wenn nicht gerade Piraten wieder da sind. Yippie, wieder Piraten. Das war ein Satz von Thomas. Ja, passiert halt schon mal, ne? Cooldown haben wir ein bisschen, aber der geht ja schnell vorbei. Und dann laden wir wieder auf. Und jetzt ist das oben auch noch zwölf Sekunden, aber das geht, das geht schnell. Jetzt ist es nämlich schon weg, wenn wir beschleunigen. Und wo sind wir jetzt? 166, 145, noch nicht ganz angekommen. A ist C5, was ist B? Und noch mehr. Aber ich glaube, dann sind wir gleich beim Ziel, oder? 178, 165, weiß ich jetzt gerade nicht. Könnte aber sein, ne? Ne, 179, 167. Das heißt, wir müssen noch einen Sprung machen. Da ist es dann richtig wohl. Kühlung weg. Sprengen, laden. Und ich bin gespannt. Operation Exodus aktualisiert. A gleich C5. Äh, da blinkt er. Wenn ich ganz vorsichtig da hingehe, dann könnte ich ihn mit F aktivieren. PS72. Jetzt will ich das wissen, ne? C5 und 72. Bestätigen. Aha! Wahrscheinlich kann ich jetzt direkt dahin springen. Kann das sein? Nach 223, 187. Mal gucken, ob das so ist. Aber ich habe keine Ahnung. Vielleicht komme ich jetzt auch zu irgendeinem harten Gegner, der ich nicht schaffe. Aber wir wissen es nicht, ne? Schauen wir trotzdem mal nach, was da los ist. Dass da einfach so ein Wurmloch aufgeht. Okay. Da blinkt er. Da ist eine Station oder was ist das? Ein Brack. F. Kommunikationssender. Verbindung herstellen. Kommunikationssender. Störgeräusche. Kommunikationssender. Kommunikationssender. Funktioniert dieser Teil? Dieses Teil? Was? Hallo, wer ist da? Bist du Teil von Operation Exodus? Operation Exodus? Ja, ja. Naja, und nein. Das verstehe ich nicht. Wir selbst haben nie an Operation Exodus teilgenommen. Das war unser Vorfahren. Unser Vorfahren? Ja, der Exodus fand von über 100 Jahren statt. Was ist passiert? Vor ein paar hundert Jahren ist in der Mitte der Galaxie einer Alien-Ex-Spezies aufgetaucht, die Xotan. Wir kannten Aliens. Nach der großen technischen Revolution vor 600 Jahren konnte fast jeder Raumschiff bauen und fliegen. So konnten wir überhaupt erst alle den Weltraum kolonisieren. Aber die Xotan waren anders. Kalt. Rücksichtslos. Sie kümmerten sich um niemanden. Sie beantworteten nicht einmal unsere Kommunikationsversorgung. Sie sind einfach aufgetaucht und ihnen schien alles egal zu sein. Dann haben sie begonnen zu ernten. Sie haben alles weggefressen. Asteroiden, Schiffe. Manche behaupteten, sie frästen sogar ganze Planeten. Nach der Rosen-Schlacht wurde uns klar, dass wir keine Chance gegen sie hatten. Es war nicht so, dass sie unbesiegbar waren. Wir schafften es, einige der vorherigen Gefechte zu gewinnen. Aber es strömte ununterbrochen mehr aus dem Zentrum. Letztendlich war es zwecklos. Sie würden uns einfach durch zahlenmäßige Überlegenheit schlagen. Das Einzige, was uns überkriegt, war die Flucht. Deshalb begannen wir mit Operation Exodus. Und jetzt leben wir hier. Operation Exodus war die größte Völkerwanderung, die je nach dieser Lexie stattgefunden hat. Als wir damals merkten, dass wir die Xotan nicht schlagen konnten, sind wir geflohen. Sie näherten sich unaufhaltsam unserer Heimatsektoren. Wir entschlossen uns dazu, zusammen mit unseren Vermündeten, dass es Zeit war, zurückzufallen und eine neue Strategie zu entwickeln. Da die Xotan ihr Gebiete von der Mitte her vergrößerten, dachten wir, der beste Schritt wäre eine Reise an den Rand der Galaxie. So wollten wir genug Zeit für das Entwerfen eines neuen Strategie gewinnen. Die halbe Galaxie hatte uns gesagt, dass sie mitkommt. Wir vertiefen uns also weiter in der Vorbereitung. Dann passierte es. Wir wussten nicht, ob es ein geplanter Angriff oder einfach Zufall war, aber es sind Risse im Subraum aufgetaucht. Sie haben die Galaxie in Stücke gerissen. Wir verloren Milliarden Leben. Ganze Sektoren waren einfach verschwunden. Es war ein Massaker. Und das Schlimmste, wir haben nicht einmal ein einziges Xotan-Schiff gesehen. Unser Bündnis war geschwächt und tausende kleine Fraktionen formierten sich aus dem Chaos. Aber wir waren schon zu weit gekommen, hatten bereits zu viel investiert. Wir mussten die Operation Exodus abschließen, aber wir waren zu desorganisiert. Nichts verlief nach Plan. Die verbleibenden Bündnispartner konnten sich nicht einmal auf ein gemeinsames Reiseziel einigen. Schließlich entschieden wir, dass wir nicht länger warten konnten. Wir flogen los und stellten unser Weg Sender auf, mit deren Hilfe weitere Mitglieder der Operation Exodus uns nachfolgen konnten. Und jetzt leben wir hier. Warum lebst du hier? Wir waren planlos, schwach und zermürbt. Wir bemuteten dann, dass das viele hier in den Randsektoren wussten. Und ein Konvoi, so groß wie unser, kann sich nicht gerade gut verstecken. Wir wurden ständig angegriffen. Sie wollten unsere Technologie, unsere Schiffe, unsere Waffen. Lange Zeit konnten wir sie abwehren, aber irgendwann mussten wir uns geschlagen geben und wurden überwältigt. Sie haben unsere Hyperraumantriebe zerstört und seitdem stecken wir hier fest. Und jetzt leben wir hier. Oh, da gibt es noch viel zu lesen. Was ist das für ein Ort? An diesem Ort haben wir unsere letzte große Niederlage erlitten. Wir wurden von Gesetzlosen und Banditen überwältigt, aber sie merkten, dass unsere Technologie mit ihren Gänzlingen inkompaktibel und damit wertlos war. Haben sie unsere Vorfahren einfach hier zum Sterben zurückgelassen. Unser Hyperraumantrieb sind alle kaputt, deswegen stecken wir hier fest. Aber zum Glück konnten wir in den Wracks einen Konvoi Zuflucht finden oder für die Migration von Millionen ausgelegt war. Wir haben genug Essen und Energie für die nächsten Jahrhunderte. Darum gibt es eine Botschaft. Und jetzt leben wir hier. Wir stammen von den Hathi ab. Unser Vorfahren lebten eins in der Nähe des Zentrums. Was sind das alle Wracks verstreut? Ich hätte nie gedacht, dass uns hier draußen jemand findet. Wir haben diesen Sender aufgestellt, haben aber nie zu hoffen gewagt, dass ihn jemand benutzt. Eigentlich sind wir noch viel mehr Überlebende, aber wir sind über viele Sektoren verstreut und können nicht kommunizieren. Und jetzt leben wir hier. Die Xotan-Schiffe unterscheiden sich nicht groß von Eiern oder unseren. Sie sind stark, aber nicht unbesiegbar. Das größte Problem ist, dass sie verdammt viele sind. Man muss sie daran hindern, Nachschub zu rufen. Wir wissen leider weder, wie man das macht, noch wo sie herkommen. Unsere Vorfahren konnten in den Schlechten immerhin an einen Teil ihrer Technologie kommen. Du kannst etwas davon haben, wenn du willst. Für uns ist es mittlerweile sowieso wertlos. Wir haben ein der Artefakte aus einem Wrack in deiner Nähe geworfen. Sieh dich mal um. Aha. Da habe ich was Legendäres. Da gibt es noch mehr Nachrichten jetzt. Wir haben einen der Artefakte aus einem Wrack in deiner Nähe geworfen. Sieh dich mal um. Okay. Und jetzt leben wir hier. Okay. Ja, wer bist du? Haben wir schon. Was ist passiert? Haben wir schon. Was ist ökla? Haben wir schon. Warum lebst du hier? Wo bist du? Wir sind überall in diesem Wracks verstreut. Okay, das hatten wir schon. Ich hätte nie gedacht, dass uns da draußen jemand findet. Wir haben die Sender aufgestellt. Das hatten wir schon. Ja, ich glaube ich muss los. Das war jetzt der Kommunikationssektor. Jetzt lass uns mal auf den Briefumschlag gerade schauen. Die Bruderschaft. Hallo, ich habe von einer Gruppe von Leuten gehört, die auch die Barriere überqueren wollen. Sie suchen auch nach Sotan Artefakten. Sie fragen an den schwarzen Brettern von Stationen danach. Vielleicht kannst du sie finden und wir können mit ihnen zusammenarbeiten. Grüße, Do. Okay. Und dann haben wir hier noch Spielermenü. Eines sagt, ich habe Erträge für dich. Okay, das war jetzt dann das. Haben wir schon genommen. Rekonstruktion an einem Dingens. Reiter 1 ist kaputt. Ja, finde ich Bruder. Finde einen Beitrag. Eintrag auf einem schwarzen Brett über die Bruderschaft. Na dann. Einmal bitte Subsysteme gucken. Da ist es. Einziger, der kann nur einmal installiert werden. Dieses System hat einen großen vertikalen Kratzer auf der Oberfläche. Ja, jetzt ist die Frage, was nimmst du raus, ne? Oder baust du größer? Musst du größer bauen wahrscheinlich. Damit wir hier mehr Plätze freikriegen. Gut. Da ist ein Tor, was kaputt ist. Oder geht das? Was ist jetzt passiert? Ich habe einen Doppelklick gemacht und dann ist das Spiel angehalten. Okay, zurück zum Spiel. Wo ist jetzt das Tor? Da. Kommunikation. Funktioniert das Tor? Wir können ja mal gucken überhaupt, aber ne, da gibt es keine Wege von weg. Auswählen muss ich beides drücken, okay. Altes geht. Nicht bereit. Kann ich das irgendwie noch auswählen mit F? Ne, ne? Muss ich da noch was dran machen? Aber ich passe ja sowieso nicht durch normalerweise, ne? Das ist ganz schön weit weg. Das bedeutet, wenn das weit weg ist, ist das ziemlich groß. Da müsste man mit dem Schiff doch da durchpassen, oder? Wahrscheinlich kann man durchfliegen, aber es ist nicht aktiv. Das ist unser Problem, oder? Würde ich jetzt mal so sehen. Ja, so sieht's aus. Das muss man aktivieren. Das ist nur die Frage, wie. Ach, da vorne ist auch noch eins. Altes Gate, okay. Das heißt, die finde einen Eintrag auf einer schwarzen Button. Lady ist erledigt. Gut. Ja, also hier gibt's ja wahrscheinlich nix, ne? Altes Gate nur zweimal, okay. Das ist aber schon mal was wert für uns. Jetzt ist nur die Frage, wo finden wir hier Aktivitäten? Grüne Blips gibt's gar nicht mehr. Achso, warte mal. Wir sind ja durch dieses Tor gesprungen. Gibt's das Tor denn hier auch nochmal? Ich glaube, dieses Tor war ein Einweg, oder? Oder war es das da? Wenn ich da durchfliege, aber ich schätze mal, das bringt mir ja auch nicht weiter, ne, oder? Wenn ich durch das zweite fliege, oder bringt mich das wieder zurück? Ne, ich glaube nicht, ne? Und das ist, glaube ich, genauso tot wie das andere auch, ne? Schätze ich mal. Ja, eigentlich brauche ich nicht gucken, weil drinnen ist ja nicht irgendwie was anderes. Die normalen Tore sind so, dass da, ne? Dahinter der Hintergrund des anderen Sektors, wo du reinfliehst, ist. Und der ist hier auch nicht gegeben. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Tor gegenüber den anderen. Also das ist schon mal, dass wir da auf jeden Fall durch können, wenn, ne? Ja, das bringt jetzt wohl nix, ne? Okay. Dann wäre zu überlegen, was wir weitermachen. Vielleicht springen wir nächstes Mal da ein. Aber ich denke mal, wir machen erst einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich für die Aufmerksamkeit, das Video zu sehen. Und würde mich freuen, wenn wir das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Auber habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit wir das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf Anker in der Hand teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.